So, wir machen weiter mit der Klasse 3. Das sind dann unsere Serientour-Wagen über 1800 Kubikzentimeter. Ein großes Starterfeld. Ja, ich glaube, wir müssen doch dringend jetzt bald mal einen großen Wagen hier durchführen. Unser Postum 5, die Kurve 5 ist schon weg. Auch, dass wir in der Klasse 3. Da müssen wir gleich mal in der Mitleidung noch mal einen Warndienst durchziehen. Einen kompletten Warndienst. In Führung 3. 61. Das ist Ralf Garsten. In Führung 3. 61. Das ist der erste. Das ist die 3. 61. Ralf Garsten. Zweiter, die 3. 91. Vor der 311. Dominik Hönnigke ist es. Aber davor ist es. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Klasse 3. Sekretour-Wagen über 18. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Da kommt jetzt aber der Erstplatzierte wieder mit einer Kurve Vorsprung, der jetzt magisch eins. Das ist eure Hüsten 361 für Ralf Garsten vom MAC Koppelmull. Wenn alle Hunde jetzt noch kräftig halten, dann habe ich die optimale Punkte für den ersten Pferdungslauf. Also in den Platz 2 dreiten sich miteinander auf. Zieleinlauf 361 für Ralf Garsten gewinnt. Weiter schauen wir mit 391. Das ist Nick Gröna von der 369. Das ist Stefan Teckert und der 300A Dominik Hönecke. Und wir hören gerade auf jeden Fall, jetzt werden wir einen großen richtigen Baden ins Fahrrad durchführen. Denn teilweise die Kurve sind noch schon sehr tief. Bis zum nächsten Mal. Zu dir mal. Scha黨, ich werde das. Wischung! Wischung! Jungen! Meine Die Leute im Check.